Fuck, das muss sitzen. Klar kommen gleich alle, ey. Oh shit, ich darf nicht drauf gehen. Warum muss ich so leuchten auf einmal? Oh, das wird schwer. Okay, ich bin schon mal down. Sind das noch zwei oder einer? Guck mal, Frau, da. Einer. Das muss er drauf gehen. Jaja, ist gut, komm her. Noch ein paar Schläge. Komm schon, Platz auf. Alles klar. Oh shit, da war noch einer. Wir haben den auf dem Radar angezeigt. Okay, zwei Schuss habe ich noch. Okay. Wunderbar. So. Jetzt habe ich mir alles zurück. Oh, das kommt hier hin. Ich habe gar nichts zum Heilen, also scheiße. Okay. Das Auge und dann sind wir hier raus. Oh, muss ich berühren. Oh, und rausgezogen. Okay, kehre zu den königlichen Gemächern zurück. Hm, wie soll ich das denn anstellen? Will ich hier hochklettern? Nö. Oh, das ist doch alles zu. Shit. Komm ich hier raus. Nein, die will da nicht hoch. Hm, ist ja mies. Irgendein Geheimgang muss hier sein, oder so. Schauen wir mal. Irgendwas muss doch hier sein. Nichts. Kann nicht wahr sein. Irgendein Geheimgang. Ja. Scheiß Code. Ich habe keinen Code. Da muss hier einer sein. Shit, da ist irgendwas. Kann ich nicht lesen. Hm. Ich lese da eine 7. Eine 5 vielleicht. Da ist noch mehr. Ich muss das irgendwie zusammenfügen, meine ich. Hm. Ah, mit was ist die Frage. Ich glaube, das geht nur von da hinten. Ich glaube, das geht nur von da hinten. Ich glaube, das geht nur von da hinten. Nee, benötigt Code. Kann ich nicht hacken. Fuck. Das muss aus einem speziellen Blickwinkel ersehen werden, irgendwie. Also, da sehe ich schon mal eine 4. Okay. Nur den richtigen Blickwinkel. Malweise müsste man immer ein Bild zusammenfügen oder so, aber... Ich sehe gerade nichts. 4, 1. Das könnte passen, irgendwie. 4, 1, 0, 7 vielleicht. Ich probiere es mal aus. Vielleicht habe ich Glück. Nö, falsch. Fuck. Hm. Ich weiß nicht, wie ich stehen muss. Bisschen weiter hier rüber. Okay, ich kann die 7 entdecken, aber... Ich kann den scheiß Code nicht ausmachen. 4, 0, 7 würde ich da lesen. Und hier eine 6. 6, 4, 0, 7 vielleicht. Aber ich glaube, ich muss erst den Code entziffern. Das kriegt man nämlich immer auf dem Pad angezeigt. Was habe ich jetzt gesagt? Oh, habe ich ganz vergessen. 6, 4, 0, 7 meine ich. Ja, richtig. Sehr gut. Hier ist C4. Ich habe sogar noch C4. Hier ist natürlich gar nichts. Wir kommen hier irgendwie weiter. Oh, was zum Heilen. Das ist immer gut. Oder doch Cocktail. Schussfrequenz. Hier geht es weiter. Oh, wie viele Zombies. Oh, das ist der Koch. Hm. Vielleicht macht er uns etwas Leckeres. Oh Gott, ey. Hier sind so viele Zombies. Krabbeln einer auf dem Boden rum. So. Los, weiter. Das ist eine Sackgasse. Ein schlechter Scherz, oder? Okay. Jawohl, safe house. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Jawohl. Wo sollen wir denn hin? Okay. Keller des Ballast. Wahrscheinlich zurück zum... Hm. Der Arzt ist ja tot. Ah, ich weiß, was wir machen können. Wir können wahrscheinlich durch die Tür gehen mit dem Retina-Scanner. Sollte eigentlich klappen. Das heißt, hier hoch. Fünf Jahre warten. Ladezeit, ist ja klar. Du, 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 du. Jetzt steht der Zeugen Jehovas. Lasst uns über Gott und die Welt sprechen. So. Wie, die Tür ist verschlossen. Äh. Äh. Hier bin ich doch immer rausgegangen. Was geht hier ab? Ladefolgen bei der Tür? Hm. Ich hab ja nicht das Gefühl, dass die Zombies hier rauskommen werden. Ich hab keine Munition. Gut. Wo ist es mit dem Molotow aus? Guckt euch mal die Ladefolgen an. So lang. Naja, die Zombies sind hundertprozentig frei. Toll, ich darf ganz außen rumlaufen. Haben die Entwickler schlau gemacht. Da kommen wir auch nicht rum. Hier auch nicht. Was zum... Aber da. Auch nicht. Fuck. Ich komm hier nicht rüber. Äh. Und jetzt? Shit. Ich muss da durch. Ich muss da durch. Hm. Warum ist die Tür hier dicht? Check da nicht. Das ist doch absolut dumm. Man kann ja nicht mehr hier weitergehen. Oh, die Entwickler sind toll. Warum machen die sowas? Total schwachsinnig. Da müsste ich rüber, um weiterzukommen. Hm. Sonst müsste ich den ganzen Weg zum Buckingham Palace laufen. Nichts. Nichts, 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 nichts. Tja, was jetzt? Keine Ahnung. Kommt von hier aus irgendwo noch hin? Bezweifelt sehr stark. Hier auf gar keinen Fall. Ich check da nicht, warum die Tür auch immer da zu ist. Äh. Ich kann nicht schnell reisen? Okay, jetzt hab ich das Gefühl, dass das Spiel verbuggt ist. Ich kann echt nicht schnell reisen. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, bitte lass das nicht wieder so ein dämmlicher Buck sein, wie ein Stuck sei das. Da bin ich auch durch die Grafik gefallen. Und hier gehen die Türen nicht auf? Kann doch nicht wahr sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Immer nur dicht. Hm. Zombies bleiben drin. Hier kann ich irgendwo reinkriechen. Probieren wir's mal. Hoffentlich ist das kein scheiß Bug. Leiter benutzen. Wer hat da die Tür abgeschlossen? Der Zombie-Master, höchstpersönlich. Boah, ist das hier dunkel. Ich glaub, ich hab aber den Weg gefunden. Das sieht sehr gut aus. Wohooo! Holy shit, hab ich mich erschrocken. Zum Teufel kam der denn her? Oh, toll. Alter. Nichts für schwache Nerven, echt. Komm, brenn und fahr zur Hölle. Alter. Puh. Boah, hier sind arschviele Zombies. Ich komm mir nirgends wo hoch. Keinerlei Heilung. Und keine Munition. Meine Lampe geht auch aus. Nein, 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 nein. Fuck. Der sieht aus wie mein alter Charakter. Ein Treffer, ich bin Geschichte. Toll. Ich komm da nie durch. Geh mal schön weg. Geh weg. Oh, wie viele Schläge, ey. Noch einer, genau. Alles gut. Boah, er war knapp. Holy shit. Darf mich nicht kriegen lassen. Endlich, boah. Ich hab nichts zu fressen. Ah, doch. Haha, Glück gehabt. Mal ausrüsten. Boah, das war heftig. los.